Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Another Big in the Mall Und es kam vor kurzem ein Update raus oder sogar mehrere Updates für das Spiel Ich habe leider keine Ahnung was da geändert wurde Werden wir jetzt einfach mal hier sehen im Let's Play Ich habe mich da jetzt nicht weiter informiert Ähm, genau, ich habe jetzt auch länger nicht mehr aufgenommen Also dieses Spiel hier nicht mehr aufgenommen Irgendwie, keine Ahnung, eine Woche oder so nicht mehr Wie man es von mir gewohnt ist Ähm, deshalb, ja, mal schauen, ne Im Restaurant läuft's Ah, Moment, erstmal Ja, schön gemütlich hinsetzen Äh, im Restaurant läuft's, äh, scheiße, wie immer Wir können da, können wir da noch mehr Leute entlassen oder so Ich glaube nicht, ne Nö Hm Okay Gut, dann, äh, ja Lassen wir das mal so weiterlaufen Ich mach mal schneller Da, was forschen wir denn gerade Äh, Bowling Bowling klingt gut Da könnten wir dann eigentlich schon mal anfangen So eine Bowlinghalle zu bauen Und die könnten wir theoretisch sehr gut mit dem Restaurant verbinden, ne Gibt's ja auch öfters in so Bowlinghallen Ist da noch ein Restaurant mit drin Oder andersrum, in dem Restaurant ist eine Bowlinghalle mit drin Gibt's ja manchmal Und ich denke, das könnten wir sehr gut verbinden Außerdem würde das Restaurant davon wahrscheinlich profitieren Und dann würde da noch mehr Money gemaked werden Und das fände ich ganz gut Deshalb, wir bauen da jetzt einfach mal so eine Bowlinghalle ran Äh, so, würde ich sagen Na, nicht so groß Komm, wir haben Kohle Wir expandieren da mal richtig Und bauen So eine richtig fette Bowlinghalle Wir gönnen's uns einfach mal, ne Wir haben das Money Wir sind das Money American Like a Moneymaker Deshalb bauen wir jetzt einfach mal so ein richtig geiles Gebäude Neben das, äh, mittelgeile Restaurant Genau Das ist der Plan Äh, dann noch Cinema kommt danach Passt Und dann Straßennetzwerke Dann haben wir auch schon alles erforscht Und vielleicht gab's dann bis dahin schon ein Update Oder nicht Dann schauen wir mal Uch, was war Hier war grad irgendwie Stau oder so Keine Ahnung wieso Schaut man die Mitarbeiterparkplätze Die sind voll, oder? Sind das Mitarbeiter Ne, das sind keine Mitarbeiterparkplätze Okay Trotzdem sind die voll Moments Die ändern wir mal In Mitarbeiterparkplätze Und zwar alle Macht der da jetzt was? Keine Ahnung Macht mal schneller! Oh Gott Das dauert ja drei Jahre Ach du Scheiße So, hier, äh, im, äh Klamottenladen Geht ganz gut weg Ne, ist, äh, okay Könnt ein bisschen mehr los sein Ähm Aber hey, ne Man, äh Ja Ich bin mit dem, was wir da haben Zufrieden So, ich, äh Da ist ein Fehler Schau ich gleich Hier ist wenig los Da muss ich mal schauen Ob ich da ein paar Leute entlasse Weil sonst machen wir hier auch nicht mehr so viel Kohle Äh, mal abwarten Und was ist hier los? Restaurants Aber wir haben doch ein Restaurant Wir haben doch ein Restaurant Puh Hm, naja Wie sie meinen Wir haben ein Restaurant Also keine Ahnung was deren Problem ist Puh Uhrenzöhne So Ein Bauarbeiter Wieso nur einer? Ich hätte eigentlich ganz gern dauerhaft zwei Moment Äh Wir holen uns mal noch den hier Du kommst dann um 16 Uhr Genau Gut Wieso ist der Müll? Wieso ist der Müll? Das verstehe ich nicht Es soll doch schön hier sein, ne? Und nicht so ein Müllhaufen Scheißdreck Ja, da kann der Müll gerne sein Da interessiert es keine Sau Mit Glück weht da der Wind noch den Müll weg Und dann müssen wir uns nicht mehr drum kümmern Das wäre ganz cool Ich weiß gar nicht Lohnt sich der Laden hier eigentlich nachts? Oder sollten wir den nachts schließen? Keine Ahnung Ich hab doch keine Ahnung hier Und hier dann bei der Bowlinghalle Können wir Ähm Moment Äh Wo sind die denn? Hier Dann solche Bowlinglanes bauen und Warum ist das jetzt eine Tür? Keine Ahnung Auf jeden Fall was ich mal herausgefunden hab Ähm Man kann jetzt äh Die Kassen irgendwie Drehen Angeblich Hab ich Oh Hab ich gehört Ich bin mir da nicht sicher Ob das stimmt Moment Also ich Krieg's grad nicht hin Keine Ahnung Vielleicht geht's doch noch nicht Aber es ist glaube ich geplant Ja wohl doch nicht Äh Keine Ahnung woher ich das hab Aber ich hab's auf jeden Fall mal gehört Und bevor wir das Cinema erforschen Erforschen wir erstmal Road Network 1 Dann können wir Dann noch so ein Teil freischalten Da gibt ihr vier solche Teile Wir haben bisher nur das eine Und dann mit Road Network 1 Könnt ihr das hier oder das hier Oder das hier noch Also ein zusätzliches freischalten Und Leute Dann geht die Party ja so richtig ab Ne Dann läuft's ja Dann sind wir das Money I'm making Like a Big Money Maker Nicht wie ein normaler Money Maker Wie ein Fetter Geiler Krasser Money Maker Und das wollen hier natürlich alle Von dem her Das erforschen wir jetzt So was ist hier los Wir haben doch Restaurants Was habt ihr für Probleme Da Restaurant Braucht ihr noch ne Tür oder was Moment Kriege ich hin Kriege ich hin So noch ne Tür für euch Vielleicht ist hier dann auch mal mehr los Wie war denn hier Der Umsatz gestern Das sinkt von Tag zu Tag Ne Das wird immer schlimmer Ach du Scheiße Wir machen zwar noch Gewinn Aber Es geht immer Weiter runter Hm Nicht so cool Was ist hier Ja halt Leckt mich doch am Arsch hier Blöden Hurenzöne Ihr blöden Wichser Es ist absichtliche Provokation Eindeutig Wie sieht es denn mit den Parkplätzen aus Das passt noch Das sind so im Durchschnitt 150 ungefähr belegt Und wir haben fast das Doppelte Also da Sollten wir keine Probleme haben Ist auch noch viel frei Also das Passt Was gibt es noch so für Ziele Täglicher Profit von über 50.000 Okay unser Rekord war 39.315 200 Kunden drin haben Das sollten wir mit dem Road Network dann freischalten Und 50.000 Produkte insgesamt verkaufen Ja das dauert noch ein bisschen Aber Irgendwann kriegen wir das auch mal hin Oh da ist sogar noch ein bisschen was los Freut mich Mehr Money zu maken Ne Nice So muss das sein Leute So muss das sein Und ich glaube ich hole mir jetzt nochmal hier Zwei drei Bauarbeiter Weil das dauert so langsam Äh Das dauert Ja Die bauen so langsam Da Schlafe ich ein Und ihr bestimmt auch Wir holen uns noch den hier So dann haben wir jetzt dauerhaft drei Leute Das ist doch schon mal deutlich besser ne Drei Leute So muss das sein Und Ich hole uns sogar noch für die Hauptzeit So eine Olle 61 Frau Ist eigentlich scheiße Aber hey Die baut also Also die Die baut freiwillig Dann soll sie machen Für den Mindestlohn natürlich Da sag ich nicht nein Und der Brunnen hier Der sieht irgendwie auch ein bisschen Scheiße aus ne Den hab ich mir ein bisschen cooler vorgestellt Bin ein bisschen enttäuscht Hm Das sieht halt echt scheiße aus Das sieht Alter Wer hat das gebaut Ich hätte hier noch Ich hätte hier ja eigentlich noch so ein Brunnen hingebaut Aber wenn der so beschissen aussieht Vielleicht noch ein Baum oder sowas Ja so eine kleine Pflanze Ah geht gar nicht Okay Äh Ihr könnt denn theoretisch So Bankautomaten bauen ne Es ist doch ein Bankautomat Da kann man äh Geld von Abheben ne So einer ist das Könnten wir im Supermarkt gebrauchen Da bauen wir mal drei Stück von Dann vielleicht im Elektroladen noch Äh joa Einen hier hin Im Klamottenladen Falls man sich äh Diese Juwelen kauft Joa und im Restaurant Sollte man eigentlich keine Finanziellen Probleme bekommen Sonst sollte man sich ernsthaft Gedanken machen Äh Achso Das war von da Gut Ich dachte grad schon Wisst ihr was lustig wäre Wenn wir im Supermarkt So ein kosten Kostenloses Wasser anbieten würden Obwohl wir doch Wasser verkaufen Ne das wäre Dumm Das wäre dumm Deshalb machen wir das nicht So einfach Okay Ich find's schade Dass ich selber keine So Bäume bauen kann Wir stehen zwar ein paar Bäume rum Aber ich kann die nicht selber bauen Die würden sich da sehr gut machen Ne Das sähe da ganz cool aus Aber Geht ihr leider nicht die Scheiße Hm Ich baue jetzt noch Hier ne Wall hin Ne Wand Oder Ne komm Wir machen das ganz frei Falls das geht Aber müsste eigentlich Klappen Und dann hier eben Äh Bowling Genau Baut mal schnell fertig Kommt Das Jetzt hauen die Hauen die ab Alles klar Alles klar Sonst noch was Okay Wir haben es Pause Und Tada Bowling Alley Sehr schön Und da gehen wir jetzt richtig ab Und zwar bauen wir jetzt hier richtig viele Bowling Lanes hin Kann ich die drehen Ich glaub nicht Was soll's Einmal Zweimal Dreimal Viermal Fünfmal Sechsmal Siebenmal Achtmal Neunmal Zehnmal Elfmal Zwölfmal Und dreizehnmal Hier hin Und das gleiche hier nochmal Ich glaub Ne okay Ähm Wir machen ja das hier Wir Ja komm so Oder Ja einmal Zweimal Dreimal Viermal Fünfmal Sechsmal Siebenmal Achtmal Neunmal Zehnmal Elfmal Zwölfmal Und dreizehnmal Insgesamt Sechsundzwanzig Bowling Lane Dinger Das ist schon ziemlich geil Und dann brauchen wir natürlich noch so eine Kasse dafür Und zwar ein Ähm Ein Order Counter So das kann jetzt etwas eng werden Aber so ist Und zwar einmal Zweimal Dreimal Viermal Und Ähm Damit die nicht pleite gehen Die Leute hier Dann noch so ein Äh Automat Hier hin Und für einen schnellen Hunger Äh Ne Falls Keine Schlange frei ist Kann man hier noch zocken Können die Restauranttypen auch gerne benutzen Und äh Gibt es noch so irgendwie Ja tatsächlich Dann könnt ihr hier auch noch zocken Und äh Hier könnt ihr sich noch Was zu fressen kaufen Gut Wobei Fressen neben dem Restaurant wäre nicht so clever Fressen gibt's Äh Äh Fressen gibt's Äh Ja Ne Ja komm gibt's doch hier So Okay Nice Jetzt muss es nur noch gebaut werden Und dann müssen wir uns noch Äh Öffnungszeiten 24 7 Und dann brauchen wir noch Cashier Ähm Sehr gut Dann könnt ihr morgen eröffnen So muss das sein Leute Und damit man hier hinkommt Muss man noch das Restaurant durch Das heißt wir können Mit einer Umsatzsteigerung Die es gestern eh schon gab Äh Ja Äh Rechnen Wahrscheinlich wird hier also der Umsatz steigen Weil viele dahin wollen Und gestern ist er ja schon gestiegen Ich bin gespannt Vielleicht schaffen wir die tausender Marke Äh Also tausend Euro Profit Mit dem Restaurant Das wäre auf jeden Fall ziemlich geil Und wir haben kaum noch Kohle Ach du Scheiße Äh Das fände ich ziemlich krass Wenn wir das schaffen würden So Road Network haben wir auch erforscht Jetzt wird Cinema erforscht Das heißt Wir können uns jetzt mal eine Straße bauen Das hier können wir jetzt freischalten Tue ich noch nicht Ich will erst mal eine Straße hinbauen Deshalb Roadwork Ja super Äh Ich will kein Parking Ding bauen Ich möchte hier Road Die ist gar nicht so teuer Das passt ja So genau Das war jetzt Jetzt auch noch mal Irgendwie drei Jahre zum bauen Und ich würde sagen Bis zum nächsten Mal Liken, Abonnieren Für mich, die sehen, kommen mit den Zeilen nicht vergessen Tschüss